Die USA schulden am Thurgauer Ausstellungsbauer Nüssli noch immer 15 Millionen Franken. Seit zwei Jahren wartet das Ostschweizer Unternehmen auf das Geld für einen Bau an der letzten Expo in Mailand. Langsam aber sicher reisst beim Gläubiger den Geduldsfaden und jetzt schaltet sich auch der Bundesrat ein. Rahel Röttlin. Es hat alles so schön angefangen für die Firma Nüssli. Ein 15-Millionen-Auftrag direkt aus den USA für den Pavillon an der Expo 2015 in Mailand. Inzwischen ist aus dem Traumauftrag aber ein Albtraum geworden. Die Firma Nüssli wartet seit zwei Jahren auf die versprochenen 15,1 Millionen Franken. Das sind mehr als 10% des Jahresumsatzes, ein rechter Batzen, der jetzt fällt. Und eine angespannte Situation, die sich auf das ganze Geschäft auswirkt. Ja, wir sind schon nahe dran, dass der Geduldsfall erreisst. Aber das dürfen wir uns ja nicht leisten, weil sonst verlieren wir die Gelder in der USA. Also das Management muss natürlich eine sehr hohe Konstanz beweisen. Und das spürt natürlich jeder Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch ein Diskussionspunkt, bis zuletzt natürlich auch am Stand ist. Inzwischen hat sich der Bundesrat höchstpersönlich eingeschaltet. Vor zwei Wochen zitierte Johann Schneider Amann die amerikanische Botschaft in sein Büro und forderte Schulden ein. Es sei aber nicht aussergewöhnlich, dass der Bundesrat sich für schweizerische Unternehmen direkt einsetzt, heisst es beim Büro von Johann Schneider Amann. Bundesrat Johann Schneider Amann hat sich auch in der Vergangenheit schon in seiner Funktion als Wirtschaftsminister und im üblichen Rahmen für schweizer Unternehmen im Ausland eingesetzt. Bis heute haben die Amerikaner noch keine Antwort auf den Protest des Bundesrats gegeben. Und es kommt nicht besser. Die Firma, die den Bau des Pavillon in Auftrag gegeben hat, ist seit dem Sommer bankrott. Bei der Firma Nüssli bleibt also nur noch abzuwarten. Also zuerst einmal müssen jetzt natürlich die Briefe beantwortet werden vom Bundesrat und auch unser eigener von Nüssli. Und dann werden wir sehen, wie die Reaktion ist. Und es sind geplant bereits wieder Besuche in den USA im September und im Oktober, wo wir das weiter vertiefen werden. Ob die rund 15 Millionen Franken den Weg ins Thurgau je wieder finden, die Firma Nüssli bleibt trotz langwierigen, administrativen Wegen optimistisch. So viel von den News für den Moment. Da geht es jetzt weiter mit 60 Minuten. Und auch heute sind wir auf dem Campus der Uni unterwegs, Natascha. Während die meisten neuen Studenten diese Woche an einer Fallstudie arbeiten müssen, ist ein Gruppchen mit der Kamera und dem Mikrofon an die Uni unterwegs und halten alles fest, was auf dem Campus passiert. Heute stellt sich das Doku-Team gerade selber vor. Die einen machen Radio, die anderen schreiben für ihre Zeitung und nochmal eine Gruppe macht Fernsehen. Ich habe hier die einzigartige Möglichkeit, hinter die Kulisse zu schauen, vom ganzen TV. Und darum habe ich mich hier auch beworben, weil ich habe die Möglichkeit, vor der Kamera zu stehen und moderieren, gleichzeitig auch hinter der Kamera. Und wir werden von unseren Tutoren und von unserem Experten super beraten. Bevor wir aber hinter die Kulisse vom Doku-Team schauen, schauen wir zuerst auf den Wetterbericht von den nächsten Tagen und hoffen, dass Petrus aufs Wochenende einen etwas lieb ist zu uns. Die Wettersicht mit dem Retto-Vögelchen gerade im Anschluss in 60 Minuten. Bis gleich.